Vertrauen kommt nicht von selbst. Man kann es nicht kaufen. Es wird verdient. Durch Taten, nicht durch Worte. Und Vertrauen braucht Zeit. Es ist die Integrität von Generationen, die es verwirklicht. Jahre der Verlässlichkeit, Transparenz und Aufrichtigkeit. Deswegen sagen wir mit Stolz, dass Cotton USA die Baumwolle ist, der die Welt vertraut. Keine andere Baumwolle hat unsere lange Historie als Anbieter höchst gleichmäßiger, beständiger und verunreinigungsfreier Baumwolle. Denn schließlich kreierten wir die Standards, nach denen Baumwolle weltweit bewertet wird. Wir bleiben innovativ, um diese Standards zu verbessern. Und wir unterliegen den strengsten, verbindlichen, vollstreckbaren Vorschriften zur Sicherung von Umweltverträglichkeit und fairen Arbeitsbedingungen. Mit Cotton USA erhalten Sie Baumwolle, die Ihnen geringere Ausfallzeiten, höhere Produktivität und überlegene Garn- und Stoffqualität bietet. Und verlassen Sie sich auf unsere Innovationen, die weiterhin eine grünere, bessere Welt schaffen. Vertrauen ist mehr als nur Technik und Werkzeuge. Es entsteht aus Jahrzehnten von Charakter und Hingabe. Und das macht Cotton USA zur Baumwolle, wir die Welt vertrauen.